Guten Tag liebe Kunden, ich möchte Ihnen heute die RISO Nudel Newsletter mal auf eine ganz andere Art und Weise präsentieren. Ja, ich möchte es persönlich Ihnen vortragen, hoffe Ihnen gefällt es und Sie können ganz viele Informationen daraus mitnehmen, umsetzen und erfolgreich natürlich auch einsetzen. Ja, ein wichtiges Thema und das möchte ich gleich herauspicken, sind unsere Augenbrauenformen von RISO, die wir neu seit Juni gestaltet haben. Das heißt also, wir haben diesen vielen Augenbrauenmöglichkeiten einen Look gegeben, das heißt das ist der RISO New Look und haben die Augenbrauen wirklich dem Kunden sehr intensiv erklärt. Ja, es gibt hierfür ein Zwei-Tages-Seminar für alle, die wirklich im Bereich Augenbrauen noch fitter werden wollen. Und zwar möchte ich ganz kurz ansprechen, was man in diesen zwei Tagen lernt. Das sind einmal Augenbrauen auffüllen, das heißt die Filling Brows, Puder Augenbrauen, Arabian Brows, klassische Augenbrauen, Ombre und den Naturell Look. Ja, diejenigen, die ich hier ausbilden konnte in diesen zwei Tagen, das heißt wir haben ja die ersten Seminare durchgeführt, die bestätigen, dass das wirklich perfekt ankommt bei den Kunden. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Ausbildung in diesen neuen Look, sondern auch die komplette Werbelinie gestaltet. Sie ist wirklich frisch und sie ist sehr, denke ich, kommt auch gut an, sie ist sehr gut erklärt. Und wir merken es selber bei uns in Beirut, dass die Kunden wirklich ganz gezielt kommen und sagen, Mensch, ich möchte die natürlichen Augenbrauen haben oder ich möchte Ombre haben. Und ich denke, da sind wir einen Schritt auch voraus, mal eine schöne Werbelinie haben, wo wir dem Kunden einfach mehr von den Augenbrauen zeigen können. Ja, wir haben für das Jahr 2018 noch Termine für diese zwei Tage New Looks zu lernen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen würden. Gerne können Sie mich anrufen, wenn Sie Informationen haben wollen, aber Sie können sich gerne auch an unsere Kundenbetreuung wenden, wenn Sie mehr Informationen, was das heißt, also Stundenplan oder Termine gerne wissen möchten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sehen würden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sehen würden.